So, wir haben Blocks verfallen. Jetzt fehlt mir, wo ist der Hammer? Wir haben keinen Hammer mehr. Doch, da ist der. Scheiße, wir einfach nur dabei haben. Yellow, light grey, orange, not orange, white. Ja, da kommt auch noch was. So. Wir brauchen, komm, nehmen wir mal so viel. Dann brauchen wir... Nein. Acht Stück. Zack. Basic Machine Casing. Dann brauchen wir Kupfer. Das wir platt hauen. Und das dann cutten. Cutten. Wir haben noch Kupfer. Egal, wir cutten das trotzdem. Wenn das wieder da reinpasst. Wenn wir keinen zusätzlichen Platz wegnügen. Zack. So. Eins, zwei. Ach, das ist... Boah. Da ist der Basic Machine Casing. Chasing. Das kommt weg. So. Up. Great. Wo bist du Transformer? Da. Transformer. Glas. Electronic Circuits. Und Goldkabel. Okay, Glas kann ich mal eben machen. Das muss ich aber erstmal hier rausholen. Ich bin multitaskingfähig. Ich mache mehrere Aufgaben. Nebeneinander aufkackt er bei die Hälfte. Naja. Wenn man das multitaskingfähig nennen kann. So. Wieviel brauchen wir? Fünf. Camouflage. Äh, Cactus Dream. Das kommt weg. Strings. Brauchen wir Strings überhaupt? Das kann ich nennen. Extractor. Und das kann hier oben rein. So. Glas. Ist das Ding fertig? Ja. Schön. Zunächst brauchen wir ein Circuit. Ein Circuit machte man aus... ...mehreren davon. 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 Hm. Komm. Ich bin so blind, ne? Eins, zwei. Dann hätten wir... Nein, ich brauche... Drei. Dann wäre ich bei sechs. Nein, ich brauche nur zwei. Zwei. So. Da. Jetzt brauchen wir ein paar Rubber. Wieso mache ich das eigentlich? Ich habe das doch. Wieso? Ich habe es doch hier alles liegen. Ich mache es aufs Vorrat. Wir brauchen eine Electronic Circuit. Das bedeutet... Wir machen das... So. Hallo. Ein Electronic Circuit. So. Eins. Achso. Wir brauchen noch Goldkabel. So. Gold. Sponse. Wieso haben wir eigentlich Geld hier? Das geht nicht. Wir müssen schon mal alles haben. Elektrum, Aluminium, Brass. Ja. Ja, all right. Gold. So. So. Das kann weg. Das kann weg. Pfeile können weg. Pookabounds. Das Black Stained Glass kann natürlich auch hier rein. Brauche ich nicht. So. Gold. Zack. Ein Stück. Ich glaube, das macht sogar vier. Vielleicht hier noch. Wäre jetzt zu spät gewesen. Goldkabel. Nein. Vier Stück hier. Okay. Ich brauche mehrere davon. Gut. Eins. Zwei. So. Eins. Zwei. Das in die Mitte. Das hier drüber. Das da drunter. Und. Das Electronic Circuits. Und schon habe ich mein geliebtes Transformer. Das brauchen wir auch dringend. Denn das Ding läuft eindeutig zu langsam. macht das irgendein Unterschied. So. Das macht das irgendeinen Unterschied. Ja. Wir haben zu viel. Wir haben zu viel. So. Rating of storage. Oh. 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 was wir hier noch haben. Was ist so schön. So lang Glas zu machen. Das ist immer so recht schön langweilig. Das wäre mir 24 Blocks. Das wäre mir 24 Blocks. Super. So. Zack. 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 Na. Gib mir Sachen. Und. Ah ja. Für mich ist das. für den, um jetzt, um jetzt eine, ähm, dieses Iridium noch zu produzieren, brauche ich noch eine, einen gewissen, eine gewisse Maschineneinheit, den Replicator. Und dann war's das eigentlich. Und dann kann ich mir dieses Maschinenteil bauen, so wie man's auch immer nennen möchte. Wieso ist das jetzt wieder so voll? 17 Blocks. Gut. Heißt noch 4 mal rund gehen plus 1. So. Das zweite Mal. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 40. Oh, das ist schon ordentlich was. Hallo. Geh an. Geh an. So. Zack. 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 So, und das müsste jetzt, genau, jetzt ist nur noch einer übrig. Und dann wären wir bei einer übertrachtlichen Anzahl schon von Blocks. Muss ich schon sagen. Ach ja. Jetzt weiß ich, warum das so langsam ist. Ich hab natürlich meine 2... 18 EU-Sticks nicht an. Allerdings kann ich ja mal Rubber scannen. Denn ich weiß, dass ich sehr viel Rubber brauchen werde. So. So. Und hier steht dann 22 Buckets auf und 10 Millionen EU. Oder? 10 Millionen? Nein, eine Million. Eine Million EU braucht das Ding. So. Zack. Da. Und lad den mal auf. Ich brauch den gleich. Denn der hier wird nicht komplett durchhalten. Jetzt kennen das, weiß ich schon aus Erfahrung. So, ich muss gereichen. Hallo? Nicht den Recycler. Bloß nicht den Recycler. Das wäre sowas von fatal. Geht das jetzt schneller? Ich glaube nicht.